Jaja, mach, 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 mach. Ist Baby auch da? Weiß ich nicht. Dann sollte man vielleicht noch einen Moment warten, sonst verliert man vielleicht auch nicht so viel Zeit mit der ersten Bahn. Boah, so eine Grütze, die ich aber heute zusammen spiele, auch schon die ganze Zeit. So bin da. Jawohl, auf, auf. So bin da. So bin da. können wir hier überhaupt eishockey spielen das wird so warm eigentlich nein ich hab das hier den normalen laufen lässt nee der bleibt hier in so einer komischen ecke hängen so dass ich nicht rauskomme so versau ich mir hier erstmal meine runde aber wenn wir jetzt auch maximal sieben ja ich kann das gleiche jetzt haben wir noch vorbeigehören jetzt haben wir noch an der karte angeschlagen ist er noch rechts weitergegangen ist das wäre drin gewesen und zuerst noch in den runden ja ja die volle konzentration von marcus der abwehrspieler mag mich nicht ja ich bin auch nur voller kraft rechts vorbei und dann hat er selber sich reingehauen schon wiederholen mann ja ja Kürzchen. Bördi! Von mir auch offen. Ha! Ja, ich hab bei dem in einem etwas blöden Winkel eingeblieben. Ach Gott, wir mussten den treffen, hier links, ne? Mhm. Verdammt. Der bleibt genau auf der Kante hängen. Passt! Paar! Oh, der ist nicht schlecht! Der hätt genau gepasst. Warte, war der drin? War der drin? Ne, oder war ich? Ah, schade. Tschöne, Markus. Der könnte auch... Ah, fast. ... ... ... ... ... Nein, der geht ja nicht rein. Ich bin drüber geflogen. Ich auch. Ha. Eigentlich wäre es fast sogar ein hoher Mann noch gewesen. Ernsthaft, ich bin irgendwo wieder mit dem Boden drin, ist klar. Sam, Sam, Kasten drin. Du bist im Sand spiel, ne? Ja, ja, ah, schade. Ich glaube, du bist genau auf dem Tor gelandet. Oh, du Scheiße, was hat das denn jetzt hier? Ja, ich auch, aber irgendwie bin ich dann zu langsam gewesen. Oh, woher bist du denn? Kommst, hallo? Hey, wieso ist das eine unsichtbare? Was drin? Ich frage gar nicht, warum ich das wieder erinnere. Trotz, dass da eine... Aber das gibt's doch nicht. Boah, fast. Doch, drin. Sechs Schläge. Bei mir war... Ja, da bin ich eben runter und dann hat er mir eine unsichtbare Wand nochmal, wo ich dann links runtergefallen bin. Also ein, zwei Schläge hat das Spiel mir ein bisschen auf dem Gewissen. Ja, da bin ich. Das gibt's doch nicht, ey. Wenn ich so stark mache, fliege ich über diesen Zaun da, ist es so schwach, man fliege ich hier so sein. Ja, ja. Ja, du musst komplett rechts rein an die Wand. Mit Kraft. Also ich hab fast voller Kraft genommen. Ich hab's an die Wand, okay. Oh Gott, das will nie. Das war aber nicht schlecht. Das war gut. Du kannst da eigentlich direkt versenken. Das war nicht vorbei. Bei mir ist doch nämlich der Abpraller reingegangen. Dann hat er mir den auch erst gehalten. Dann hab ich mal die Kante da rein. Oh Gott, ist das nicht die Drecksbahn? Ganz vorsichtig da rein. Ja, das hab ich gerade ein bisschen verkackt. Oh. Na, fall doch runter. Ja, natürlich. Nee, bei mir wird das kein Paar. Bei mir wird das vielleicht schon ein bisschen glücklicher Schläge. Ja, ja, ich bin ein bisschen zu weit drüber gefahren. Genau, fahr rein. Und jetzt lauf durch. Kleiner Ball. Ja, ja. Ja, ja. Lauf, lauf, ins Hohr. Ja, nice. Frag ist so hoch. Warte mal. Ich muss mich mal angucken. Okay, komm. Du liegst gut im Ball. Äh, gut, gut. Sechs Schläge. Guter Winkel. Ich bin einfach mal auf die Brücke gesprungen. Alle in Eintrag, sechs Schläge. Oh, ne. Ganz oft. Ganz oft. Ja. Oh, ne. ich komme nicht rüber schwach ist gegen die wand habe ich nicht gesagt ich komme drüber leck mich doch wie keine schläge mehr übrig ich hatte vier fünf schläge er sagt mir nur ist nicht verarsch warum denn wir auch immer bei 50 schläge hat der warum der männer sagt komm nimm 14 das verstehe ich jetzt gerade nicht aber gut das spiel hast mich ja eh das ist hier Oh Gott, du musst ja ja genau da durch, oder? Ja, beim ersten Versuch. Scheiße, ich bin zu lang, äh, zu, zu, zu kurz. Oh! Das sind maximal sechs Schläge. Ja, mindestens sechs Schläge, meine ich. Geht doch da weg! Nö, ich bleib da lieber ein bisschen noch stehen. Sieben Schläge. Das war gar nicht so schlecht eigentlich. Das war auf jeden Fall noch. Das war ein bisschen zu viel. Ist mir auch schon passiert. Ich will wenigstens ein Spiegel hin. Es war so ein bisschen zu weit, ob du so guckst, das reicht doch nicht. Dödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödö. Er hat sich langsam aufstehen. Da müssen wir ja mal kommen müssen. Ja, super nah, scheiße. Da geht der noch mal weiter in die Ecke rein, statt raus. Alter. Was soll ich denn sagen? Bei mir bleibt der dann lieber ein bisschen noch stehen. Geht doch da mal rein, ey. Das ist doch nicht wahr. Zehn Schläge, weißt du? Oh, dieses Spiel, das hasst mich gerade so extrem. Ich frage gar nicht, was passiert ist. Hm? Da muss ich denn da hin? Ernsthaft, wo muss ich denn da hin? Egal, wo du hinschlägst, das Ding will nicht. Och man, ich spiele, geh mir nicht auf die Misse. Natürlich nicht, natürlich, natürlich, natürlich geht das nicht. Auch dann ist es gleich. Ich schätze, das Bellen zeigt sich. Hab ich denn da, weil es für mich die Misse schläge hat. Also, ist es sicher, dass ich quartiere weiß, ich finde dann kein bisschen die Misse. Das ist schön. Ich mache mich mal. Hier können wir setzen. Ich dachte auch genau unten diese Kante, ne? Geht doch! Jawohl. Da wird Bogey. Glückwunsch, Markus, du hast gewonnen. Das wird ja Strafe. Ich krieg das nicht. Jetzt wüsste ich für einen hohen Mann spielen, wenn ich das schaffe. Damit ist es schon verloren. Oh, mach mal, Bruder. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Hä? Wo ist denn da hin? Dann kann ich hier unten weiterspielen. Das ist da unten irgendwo das Loch. Aber ich weiß nicht, wohin. Okay. Hä? Ich rate ein bisschen, wie du auf der falschen Bahn, ne? Natürlich. Ich habe keine Ahnung, wo das weitergeht. Ja. Er schleudert dich irgendwo, wo du nicht hin willst. Du musst doller. Da hinten aufs Grüne hinter dir. Ja, da bin ich eben gewesen. Das hat er nicht gezählt. Hier. Das hat er nicht gezählt. Er hat gesagt, es ist vorbei. Da war ich eben auf dieser Schräge drauf. So hat er gesagt, nö, ist es nicht. Das gebe ich dir nicht. Aber ich kann das Spiel eigentlich installieren. Weil so wird das mich gerade momentan echt hasst. Unlogische Dinge da. So macht es mir gerade keinen Spaß. So macht mir das mich gerade keinen Spaß. Du bist... Ich bin ja vier, fünf Schläge da oben auf dem Ding drauf gewesen. Und dann zählt er mir das nicht. Dann setzt er mich wieder zurück. Ja, das ist schon noch cool, Tremendu.